Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu diesem kleinen Guide-Video zum Gemeinschaftserfolg Durstlöscher hier auf getnews.de. Ich möchte euch ganz kurz erklären hier, wie ihr an diesen Erfolg kommen könnt. Ihr habt dazu nämlich verschiedene Möglichkeiten, euch Getränke zu kaufen und diese zu euch zu nehmen. Variante 1 befindet sich hier im Königental, direkt am Kloster im Menschenstaatgebiet und dafür müsst ihr das Herz abschließen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr dort mit dem NPC sprechen und euch ein Humpen Bier holen. Das kostet 28 Karma und bringt direkt 4 Punkte. Das ist das Maximum, was ihr an Punkten bekommen könnt, wenn ihr über Karma geht. Pro Punkt sind das immer 7 Karma. Es gibt noch Händler, die verkaufen euch Getränke für 1, 2 oder 3 Punkte. Hier in diesem Fall sind es 4 Punkte. Das heißt, ihr müsst deutlich weniger klicken, wenn ihr die 100.000 erreichen wollt. Variante 2 seht ihr jetzt hier schon. Ich habe mich in den Eisklammsund begeben, das 70er bis 80er Gebiet in den Zittergipfeln. Und da gibt es so eine Schauflerhöhle und darin gibt es einen Meta-Erfolg. Unterstützung für die Revolution heißt der. Und dabei müsst ihr den Schaufler-Rebellen helfen, sich gegen die dort befindlichen Schaufler durchzusetzen. Da gibt es eine kleine Event-Kette. Die beginnt hier bei den Schaufler-Disaggregator-Generälen, die ihr besiegen müsst. Das zeige ich euch gerade in den ersten Kampf. Und wenn ihr diese Generäle alle besiegt habt, dann müsst ihr euch mit dem Schaufler-Kommissar anlegen. Das Schöne, das sind alles Veteranen. Das bedeutet, man kann diese Mission auch solo ganz gut machen. Ihr seht jetzt da ganz unten den Schaufler-Kommissar laufen. Der ist relativ fix unterwegs. Das heißt, wie ihr auch seht, ich habe hier gerade alles Mögliche an Gegnern usw. ausgelöst und übersprungen, um möglichst schnell zu diesem Kommissar hinzukommen. Jetzt haben wir ihn erreicht. Der wird noch von zwei Buddys bewacht, aber ich sage mal, einen Veteranen und zwei normale Mobs schafft man im Normalfall auch ganz gut solo. Wenn man das nicht unbedingt so macht wie ich und sich noch von rechts irgendwie zwei, drei Gegner dazu holt, dann geht das auch nochmal deutlich entspannter. Ich meine mich zu erinnern, ich spreche das Ganze hier jetzt nach, dass ich da kurzzeitig in den Downstack gegangen bin, weil mich von links die Kanone getroffen hat. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, wie das hier ausgegangen ist, aber auf jeden Fall ist es solo machbar. Habt ihr dann diesen Schaufler-Kommissar besiegt, kommen die Rebellen zutage und es entsteht so ein Händler und dieser Händler verkauft euch dann Getränke für Gold. Das heißt, ihr habt hier keine Chance an Karma ranzukommen. Das Praktische dabei ist allerdings, dass ihr direkt 16 Punkte auf den Titel bekommt. Ihr müsst immer daran denken, ihr braucht insgesamt 100.000 Punkte und 100.000 Punkte müsst ihr, wenn ihr nur 4 Punkte jedes Mal bekommt, 25.000 Mal klicken. Bei 16 Punkten pro Klick ist das Ganze natürlich um einiges schneller und entspannter. Ihr seht jetzt hier unten Rebellen-Transportpanzer. Den allerdings könnt ihr ignorieren, es geht um den hier drüben. Und da ist dann dieser Kaufmann überall stehen, übrigens Kaufmänner, aber dieser hier hat das Glas mit Morvetariat-Cocktail für 1 Silber 28 und der gibt direkt 16 Punkte. Ja, das war's mit diesem Video hier. Denkt an's liken, denkt an's abonnieren, besucht getnews.de und bis zum nächsten Video. Und viel Spaß bei diesem sehr, sehr langwierigen Erfolg. Das war's mit dem Video. Das war's mit dem Video. Das war's mit dem Video. Vielen Dank.